Die Weihnachtszeit, das ist die Zeit, wo die Lebkuchen und Spekulatius-Kalorien ein neues Zuhause suchen. Ein fester Völlerei, bis wir dann kugelrund und ungesund zwischen den Jahren auf der Couch liegen und uns das neue Jahr herbeisehen, in dem ja wieder alles besser wird. Ja, die guten Vorsätze eben. In diesem Video geht es auf gar keinen Fall darum, dir den Tipp zu geben, einfach mal die Kekse liegen zu lassen. Das ist Quatsch, das mache ich ja auch nicht. Du bekommst fünf Tipps, die ich selbst anwende, um nicht komplett zu eskalieren. Und ich verrate dir auch meinen absoluten Favoriten, den ich selbst schon Jahre anwende. Suche dir ein bis zwei Tipps raus, um bei vollem Genuss, um die Weihnachtszeit herum, trotzdem nicht so kuschelig zu werden. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's! Du nimmst nicht wirklich zwischen dem ersten Advent und Weihnachten zu, sondern doch eher zwischen Weihnachten und dem ersten Advent. Soll heißen, wenn du zwei, drei Kilogramm zunimmst, aber nach Weihnachten dann wieder zurück in den gesunden Lifestyle gleitest, werden sich die Überschusskalorien ganz fix wieder in den Weihnachtsurlaub verabschieden. Also Ruhe bewahren. Ist dich satt? Und zwar vorher. Wer unterzuckert auf den ganzen leckeren Weihnachtskram trifft, der wird sich kaum beherrschen können. Spannend ist dann auch einmal, seinen Gedanken genauer zuzuhören. Ach komm, Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Ich hau jetzt rein und verzichte dann auf das Abendessen. So ein kleiner Keks hat doch kaum Kalorien und zwei auch nicht viel mehr. Das Problem ist, wir nehmen damit dem gesunden Essen den Platz im Bauch weg. Die Kekse oder der Lebkuchen. Das ist ja nicht wirklich schlimm, wenn wir dann auf eine Mahlzeit verzichten würden. Aber bei dieser jetzt richtig, nachher dann nix Strategie fehlen uns irgendwann immer mehr Vitalstoffe, hochwertiges Eiweiß, Ballaststoffe für den Darm und die hoch ungesättigten Fette. Wer in der Vorweihnachtszeit diese Strategie regelmäßig anwendet, da kann es auch dann schon mal zu einem ordentlichen Mangel kommen. Deshalb, wer die erste Mahlzeit des Tages gesund hält, der wird auch viel weniger in den Lebkuchenmodus fallen und kann dann auch mal mit einem Keks glücklich sein. Also, achte darauf, dass die erste Mahlzeit möglichst gesund ist. Du wirst dann weniger entgleisen. Bleib in Bewegung. Wir sind nicht faul. Nein, wir sind ökonomisch. Denn Millionen Jahre lang war es lebensgefährlich, seine mühsam zusammengesammelten Kalorien mit unnötigem Rumgehampel zu verschwenden. Aber das, was wir heute in der Adventszeit an Kalorien importieren können, hat vor ein paar hunderttausend Jahren wahrscheinlich einer ganzen Sippe den kompletten Dezember gereicht. Diesen Kalorienüberschuss sollten wir gerade in dieser Zeit in die Muskeln schicken, um sie dort zu verheizen. Die Regeln, die kannst du dir selbst aufstellen. Vielleicht machst du für jeden Keks, für jeden Lebkuchen, jeden Christstollen, 10, 20 oder sogar 50 Kniebeugen, Liegestütz oder sogar Burpees. Je nachdem, welche Übung mit welcher Wiederholungszahl du machst. Du wirst dabei nicht ganz so viele Kalorien verbrennen, wie du gefuttert hast. Aber du denkst dann zumindest ein bisschen mehr darüber nach, ob es jetzt noch ein Keks mehr sein muss und noch einer und noch einer. Also, bleib in Bewegung. Natürlich kannst du spazieren gehen, je nach Lebkuchenmenge, dann aber auch den Jakobsweg. Okay? Schlafgut. Ich weiß, für viele ist es einfacher gesagt als getan. Es ist so wichtig, dass du gerade in dieser Zeit genügend schläfst. Du kennst das doch sicher. Völlig übermüdig verlangter Körper nach mehr Süßem. Das ist wie ein Ausgleich für die übermüdete Stimmung. Der Süßkram zaubert dir einfach ganz kurz einen Wohlfühl-Kick, gibt dir kurz Energie, macht dich frischer. Aber sobald der Blutzuckerspiegel wieder abstürzt, fühlst du dich noch schlechter und kaputter als davor. Deshalb schau einfach, so gut es dir möglich ist, ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Vielleicht vorher noch einen Lavendel-, Melissen- oder Kamilentee zu trinken. Das beruhigt. Das kann helfen. Vielleicht hilft es auch abends, eine Serie weniger zu schauen. Das war jetzt ein Tipp an mich selbst gerichtet. Vorsicht, süße, alkoholisierte Getränke. Glühwein ist so lecker. Und natürlich weißt du auch, dass es eine gewaltige Zuckerbombe ist. Ich will dir einen Becher Glühwein ganz bestimmt nicht ausreden. Aber müssen es denn zwei, vier oder sogar sechs sein? Ab vier Becher würde ich bewusstlos gegen einen Laternenpfahl klatschen. Und je alkoholisierter wir sind, desto ungehemmter werden auch Kalorien gefuttert. Ja, weil die Kontrollinstanz in der Großchenrinde unter Alkoholinfluss ausgeschaltet ist. Du isst viel mehr Weihnachtskram als notwendig, denn glücklicher macht die Menge dann auch nicht mehr. Du bekommst den Genuss dann sowieso nicht mehr richtig mit. Deshalb, wenn du zum Beispiel Glühwein magst, dann belast es doch einfach bei einem. Und den solltest du auch richtig genießen. Nicht quatschen nebenher. Einfach genießen jeden heißen Schluck. Wenn du mit anderen auf zum Beispiel dem Weihnachtsmarkt bist, dann lass dir einfach mal einen Moment quatschen. Du bist raus, weil du genießt. Du wirst merken, du hast viel mehr davon und gleichzeitig noch weniger. Nämlich Kalorien. Natürlich eskaliert es mal um die Weihnachtszeit kalorisch. Das ist doch egal. Nämlich genau dann, wenn du anschließend für einen kalorischen Ausgleich sorgst. Wichtig, ich halte nichts davon, einfach die nächsten ein bis zwei Mahlzeiten komplett ausfallen zu lassen. Kommt das nämlich zu oft vor, kommt es zur Unterversorgung an lebensnotwendigen Inhaltsstoffen. Siehe Tipp 1. Du kannst doch einfach eine leckere Gemüsepfanne oder einen Salat machen. Oder eben eine Suppe. Das hat, je nach Rezept, wenige Kalorien, liefert dir wertvolles Zeug und schmeckt dazu noch nach gutem Gewissen. Dieser Tipp ist übrigens schon seit ganz vielen Jahren mein persönlicher Favorit. Hast du auch einen Tipp? Magst du ihn mit uns teilen oder ist es dir völlig egal, weil ja eh Weihnachten ist? Dann Respekt, dass du trotzdem bis hierhin geschaut hast. Schreib deinen Tipp oder deine Sichtweise in die Kommentare. Dankeschön. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.